Möchtest du attraktiv wie ein Bad Boy wirken? Was machen diese Männer auf fast allen Fotos, die du von ihnen siehst? Das bekommst du direkt, denn das ist wirklich ein genialer Trick, wie du alle Frauen auf dich aufmerksam machen kannst. Professionelle Fotografen nutzen schon seit Jahren diesen kleinen Trick, den du auf diesen Fotos gesehen hast, weil es sehr anziehend wirkt. Es nennt sich der Squinch Trick. Squinch kommt aus dem Englischen und bedeutet beim Gucken die Augenlider zusammen zu pressen und ein wenig offen zu lassen. Du sollst dich nicht verstellen, aber schau Menschen in die Augen ohne Angst, ohne wegzugucken, ohne nervös zu werden. Und wenn du dabei diesen kleinen Trick nutzen möchtest, warum nicht? Das erweckt eine Dynamik zwischen euch, die man als Flirten bezeichnet. Hab Spaß, experimentiere mit dem Squinch, aber vergiss eine Sache nicht. Es gehört noch einiges mehr dazu als die Art, wie du sie anguckst. Deine Werte, deine Lockerheit, dein Mut, deine Intention und deine Unabhängigkeit.